Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich weiß nicht, was wir in der letzten Folge gemacht haben, weil ich sowieso doof bin. Und... Meine Katze nervt rum. Alter, meine doofe Katze. Ja! Manchmal habe ich keine Worte für dieses Vieh. Und das geschulte Ohr hat es vielleicht schon gekriegt, dass ich Musik im Hintergrund laufen lasse. Das geschulte Ohr wird es mitgekriegt haben. Das sieht voll schön aus. Äh, ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Ach doch, ich... Ich habe eine Idee. Wir können hier unten weitermachen, aber dazu brauche ich mehr Leitern. Und ich habe die Musik wirklich außerordentlich laut gestellt. Also das... Weil manche Leute, die hier drin sind, sind... Etwas lauter als andere. Hä, wo sind denn die Leitern? Habe ich alle Leitern aufgebraucht? Das kann doch... Das kann ich doch nicht glauben. Na gut. Dann halt so. Das sehe ich jetzt nicht so drastisch. Weil das jemanden interessiert, was da gerade im Hintergrund momentan für Musik spielt. Ähm, das ist Metroid Norfair. Falls man es überhaupt hört. Aber ich denke, ja. Es sollte vernehmbar sein. Und es ist total spannend, sich hier unten drin rumzugraben. Immer tiefer und tiefer. Jetzt, ob es kein Morgen mehr geben würde. Einfach tiefer graben. Dort eine Fackel hin. Und... Dort eine Fackel hin. Ich weiß aber nicht, wie weit das entfernt ist. Oh. Wie weit ist das denn? Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei. Da. Da. Und alle. Und jetzt kommt nochmal was von Metroid. Metroid, Metroid Brinstar. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen lauter. Also... Also ich höre es besser als vorhin. Als das Norfair-Ding. Alter, nicht da ran. So. Eisen. Oh, Eisen. Schönes, gutes, altes Eisen. Gutes Eisen. Nur zwei Eisen, aber besser als kein Eisen. Und Steine sind ja auch nicht verkehrt. Da kann man sich ja immerhin was damit bauen. Zum Beispiel im Nähter irgendwas, oder... So. In der Art. Außerdem könnte man sich... Wenn ich jetzt, ähm... Ich glaube, ich habe ja Sättel gefunden. In dem Dungeon. Ähm, da könnte man sich ja... Wenn man... Wenn man... Die Kobbels hier zu Cleanstone macht. Da könnte man sich einen Silber für Spike machen. Aber wer braucht sowas schon? Ich nicht. Deswegen hier einfach immer weiter graben. Und fast ist meine Steinspitze kaputt. Jetzt ist sie kaputt. Eisen geht zwar schon schneller, aber... Ist halt auch schade. Es ist halt eigentlich zu schade... Das Eisen zu benutzen. Und nach oben wieder gehen. Und die Sonne setzt sich am Firmament. Ich gebe noch zwei Eisen dazu. Und hole mir diese hier raus. Und baue mir... Zwei Steinspitzhacken. Friedlich. Ich glaube es auch. Ich habe mich gerade eben schon gewundert, warum ich keinen Hunger verliere. Einmal pennen gehen. Ja, wir haben zwei Sättel. Super Mario. Und wieder in die Grube rein. Und wieder aus der Grube raus. Ich habe mir nämlich was vergessen. Nichts schade. Aber das hier sieht ja jetzt gut aus. Zumindest das meiste. Und ich habe eine gute Idee. Ich mache die Geräusche mal ein bisschen niedriger. Damit man die Hintergrundmusik besser hören kann, wenn sie schon so leise ist. Und? Klappt es schon? Ja, oder? Ich würde sagen, ja. Aber auf meine Meinung darf sich niemand verlassen. Wir haben das. Haben wir hier irgendwo... Da ist ein Zombie. Hallo, mein Freund. Tschüss, mein Freund. Na ja, Schweine. Wisst ihr, wo es hier Kühe gibt? Jetzt bin ich gerade ins Mikrofon gekommen. Eine Kuh wäre jetzt toll. Eine Kuh wäre jetzt echt toll. Das Zuckerrohr ist auch ziemlich gut. Hey, ein Ei. Hörst du auf zu ruggeln? Danke sehr. Da ist noch ein Ei. Wo gibt es hier Kühe? Na ja, da ist wieder eins reif. Ich brauche trotzdem noch Kühe. Ich darf erst mal was gucken. Ich kann erst mal das Eisen hier rauskleistern. Das Glas hier reinkleistern. Da müsst ihr euch auch mit. Ja, man hört schon, manche Lieder sind lauter als andere und manche halt... Leiser. Ein mehr. Noch zwei machen. Da ist Gammelfleisch. So. Das kann ich auffüllen. Das kann ich auffüllen. Ich bin noch irgendwas drin. Äh... Nicht wirklich. So. So. Ich will wieder mehr Fackeln machen. Mann, ich brauche Kühe. 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 Bei der Musik von Terranikmati schon zu Ende ist. Ähm, Kühe suchen. Ist das eine Kuh? Es ist eine Kuh. Da ist noch eine Kuh. Hm, lecker Milch. Jetzt brauche ich noch drei Eier. Nee. Zwei Eier. Nee. Ein Ei. Ein Ei brauche ich noch. Hast du ein Ei gelegt? Nein. Schade. Jetzt kann ich schon nicht mehr mal retten. Gib mir ein Ei. Ja. Zwei Eier. Eins reicht zwar, aber zwei sind auch gut. Zwei sind besser als eins. Milch. Weizen. Eine. Vielleicht hätte ich das Zuckerrohr nicht weglegen sollen. Zucker. Eier. Milch. Weizen. Gut, wenn das nicht klappt, dann wäre es so rum. Ja, lecker Kuchen. Und da habe ich eine gute Idee. Ich gehe gleich noch mal zu den Kühen hin. Aber vorher... Vorher nehme ich mir noch dieses Ei hier mit. Und dieses Zuckerrohr hier. Drei. Vier. Nein. Oh. Nicht da drauf. Da hin. Jetzt gehe ich noch mal zu den Kühen hinter. Und dann... Hey, da liegt noch ein Zuckerrohr. Da ist ein Ei. Ich wette, Minecraft hat nur gerade eben so rumgeruckelt, weil es mich darauf hinweisen wollte, dass da noch ein Ei liegt. Weil Minecraft echt nett und zuvorkommend ist. Gell, du Kuh? Hm. Aus welchem Spiel ist wohl dieses Lied? Schwierig, schwierig, schwierig. Das hier noch. Und das hier. Hier gleich neu anpflanzen. Und hier Zuckerrohr ran. Dann zu und... Noch einen Kuchen machen. Zweimal Zucker. Ein Ei. Dreimal Milch. Und Weizen. Lecker, lecker, lecker. Die Eimer. Weizen, Eier, Zucker. So. Dann können wir ja jetzt wieder runter in unsere Grube gehen. Ich überlege gerade. Ja, aber erstmal eine Pause machen. Die Folge war lang genug. Also, bis zur nächsten Folge, Freunde. Bis dann. Dann. Und dann?